Ja Chris, was geht so ab? Heute hier ist es gespannt. Yo Leute, hier ist Benyten TV und heute laufen wir hier mal ein bisschen in der Essig-Fabrik rum. Die Essig-Fabrik, die ich sie selber noch nicht gesehen habe, nämlich Rappeleia. Die ist sonst immer ziemlich voll und das wird sie gleich auch sein, denn heute spielt hier Killswitch Engage und HARTEST. Und HARTEST sind meine coolen, mega fetten Homies aus Kalifornien. Eine Band, die ich selber sehr, sehr bewundere. Wir haben schon seit ein paar Stunden jetzt Backstage gechillt, habe ihrchen getrunken. Dieses Video dient eigentlich auch nur dazu, um diesen Tag für mich selber festzuhalten. Es ist für mich ein sehr wichtiger Tag. Das war Benyten TV, ich halte euch vom Laufen und gleich sehen wir den Soundcheck von HARTEST. Vielen Dank, macht's gut. Ja, meine lieben Freunde, was ein Drummerherz höher schlagen lässt, das ist das Equipment von Matt, vom Drummer von HARTEST. Wie wir hier sehen, wirklich schönes Setup. Auch mal cool ist so zu sehen außerhalb der Bühne. Es wird gleich aufgebaut, hier fettes Truce Drumset. Wie wir hier sehen, es wird gerade alles ready gemacht und hier werden die letzten Annehmlichkeiten vorbereitet. Die Wellenbrecher werden aufgebaut und soweit steht alles. Da hinten sehen wir noch den Merch und hier ist Chris und Chris ist heute mit mir hier. Und Chris und ich sind einfach nur ziemlich cool überwältigt, wie absolut abgefuckt nett alle hier sind. Es ist echt mal cool, die Leute mal außerhalb kennenzulernen und nicht immer nur, wenn man als Zuschauer hier hinkommt. Hier jede Menge Bier natürlich für die anstürmenden Gäste gleich. Und ich würde sagen, wir sind gespannt, was der Abend bringt. Aber so wie es aussieht, ist das nur die Ruhe vor dem Sturm und gleich wird es hier richtig dämmern und abgehen. Ich sitze hier gerade Backstage im HARTEST-Bereich und die Jungs machen sich gerade ready für den Soundcheck. Wir haben jetzt eigentlich schon die ganze Zeit hier gewartet auf den Soundcheck. Seit 11 Uhr sind die Jungs da. Und ja, wie wir sehen können, das ist dann so der Backstage-Bereich. Natürlich ganz wichtig, der Kühler da hinten mit den Erfrischungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin absolut neidisch auf das Mega-Catering, was es hier gibt. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel Fressen auf einen Haufen gesehen. Check! 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 One, two! Check! Stage right, vocal! Check! One, two! Center vocal, yeah, yeah! Check! Check! One, two! Check! One, two! Center vocal, check! One, two! Center, yeah, yeah! Musik Wir sind gerade im Wechselbereich mit Artis Ich finde es immer nur geil, dass die Jungs einfach genauso draußen wie wir Es ist kein Unterschied, ob welchem Land du kommst, ob Deutsch, ob Englisch oder was auch immer Und wir haben eine Menge Spaß und gleich geht es richtig los, habe ich recht? Gleich geht es richtig los Danach gibt es noch ein bisschen Party mit uns, also ich halte euch auf dem Laufenden Was? Du sprichst mit uns auf dem Laufenden? Nein, nein, ich habe mit meiner Mutter geschlossen und sagte Hey Mom! Hey Mom! Ich liebe dich! Nein, ich spreche über dich! Aber nur eine gute Sache, ich spreche nur gut über dich Ja, das war gerade Bryce von Artis 3, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Es gibt schöne deutsche Gummibärchen heute Lecker lecker Gummibären Die wissen nämlich wie man lebt So muss das sein Oh yeah, fucking Artis jetzt! Artis spielt jetzt und wir machen es jetzt fertig für die Bühne, los geht's! Was? 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 Thank you! Untertitelung. BR 2018 This one gets heavy, so I'm going to see people lose their minds. Can you do that for me? I'm going to see people lose their minds. Can you do that for me? I'm going to see people lose their minds. Can you do that for me? I'm going to see people lose their minds. Can you do that for me? I'm going to see people lose their minds. Can you do that for me? I'm going to see people lose their minds. Can you do that for me? I'm going to see people lose their minds. Can you do that for me? I'm going to see people lose their minds. Can you do that for me? I'm going to see people lose their minds. Can you do that for me? Let me hear you in your voice and speak so much today. I'm going to see people lose their minds. Can you do that for me? I I I Now I I I I Now I I I Ich bin ein Mann, 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 ich bin ein Das war gerade hartes Auftritt und wir haben einfach mal und wir haben mega die Bühne gerockt und ich stehe jetzt hier mit dem Tim von Hardest und ja mal sehen was er so zu sagen hat Tim here we go und wir gehen jetzt gleich rein, hören uns noch die anderen Bands an, aber da kann eh jetzt nichts mehr dran kommen Killswitch Engage eventuell schon und wir würden sagen es wird noch ein bisschen Party gemacht, wir räumen jetzt erstmal ein bisschen auf, wie ihr seht jetzt noch einiges zurück in den Wagen zu packen und vielen Dank Tim thank you so much, thank you so much for coming to Germany and finally meet us and yeah dankeschön, count to 10 one more time please 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and you say 11 is like 11, so it's one more just yeah, today we learn something yeah ok Leute, das war's bis dahin, macht's gut, ciao ciao see ya alright